Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Früher saßen wir mal am See, bis die Sonne unterging und sahen zu, wie die Schwäne übers Wasser flogen Ich sehe Ihre Spiegelungen im Wasser deutlicher als Sie selbst Ich weiß doch, wie ich dir durchs Haar gefallen bin und du ein bisschen von deinem Brot genommen hast im Blick fest auf die Agelschnur gerichtet um sie sofort hochzuziehen, wenn du etwas anbeißen wolltest wie die Jahre vergangen sind, mein Sohn nicht wahr? Okay, die dürfen sich also hier frei bewegen So, die Fliege, die scheint da drin schon einen Brotkreis zu machen Die Sounds, ey Was haben wir denn da? Artikel Mittelalterliches Schwert in Wulfburg ausgegraben Oh, das hört sich doch mal gut an, oder? Unter einer Straße in Wulfburg fanden Archäologen die Teil eines alten Schwertes Okay Die Waffe wurde auf das 10. Jahrhundert datiert und gehörte einem mittelalterlichen Ritter Lottie Kohl, die Leiterin der Ausgrabungsstätte äußerte sich heute begeistert über den historischen Fund Der Ritter stand in Diensten von König Otto Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Als er aus unbekannten Gründen auf den Straßen Wulfburgs zu Tode kam Ein Zusammenhang dieses Funds mit der Zerstörung Wulfburg im Jahre 965 n. Chr. konnte nicht nachgewiesen werden Aber er unterstreicht die unterörtlichen Historikern beliebte These dass eine von König Ottos aussandte Gruppe von Rittern getötet wurde als sie vergeblich versuchte die Stadt vor dem einfallenden Plünderern zu verteidigen Okay Sehr interessant Und auch da sieht man die Schrift wieder Die neue Wahrheit Aufwärts und drücke Umschalt links plus C um mit Anlauf zu rutschen Umschalt links plus C Das ist doch eine Scheiße Okay, das ist voll für den Arsch Das ist voll für den Arsch Was haben die sich denn da ausgedacht? Äh, ist das ein K Okay, dann machen wir das einfach so Geil Oh, der hat aber schon seine Tage gezählt hier Oha Ob er das alleine war? Auweia Hast du uns was zu sagen? Eventuell? Nein? Und du? Hier? Euch? Geh in der Schütterung Ist... Wo da hinten? Das ist doch noch keine Arme, die das übernimmt Es ist nicht alt, ist die 20 Die können mich nichts versprechen Aber sie haben ein tolles Angst, die einhaben Wie eine Schlange Die Luftröhre runter Weich und scharf Und so viele Spitzen Die Übern aufstehen Wo sie nicht sollen Ja Ja Hier ist mein Arzt Ich hab' dir helfen Oh Mann, okay Der Arzt, der kriegt auf jeden Fall nicht mehr ganz viel Schuppe Fehlt nur noch, dass da irgendeiner ist, der die Uhrzeit ansagt Oh Mann, ey, das kriegt ja schon wieder... das klingt schon echt, ey Du? Einer da? Erzähl die Fliesen, okay, alles klar Kann mich den übern bisschen beim Zählen stören Boah, wir müssen nach unten Das ist doch so eine gute Idee ist Das brauchen wir jetzt nicht Ja, was machen wir jetzt hier? Leise sprechen Positive Gedanken Ach, positive Gedanken Für die Nation Äh, Ruhe bewahren What? Unmehr lächeln Hä? Okay, was? Institut für Diät und Gesundheit Elektrisches, äh, Lichtbad Elektrisches, äh, Lichtbad Tesla Reha Einzelzelle Fesselung Boah Was läuft denn hier für ein Streifen, ey? Vor allen Dingen Tesla Reha Elektrisches Lichtbad Hör mal Hör mal Also Ich find das ganz schön, ähm Foltermäßig, ne? Und was ist hier unten? Hier geht's ins Leere What? Alter, geht's da nach unten Wir bringen ihn zur Festung Befunden Jawohl Was ist? Nein Aua Oh, Alter Da muss ich noch die Maustaste benutzen Hey, sag mal Warte, warte Moment Hier hinten Ähm Ach, scheiße Das war jetzt so Oh, diese Drecksau Diese verdammtische Da war ja noch was Okay Was haben wir hier? Notizen zu Patientengespräch von Helga Ich muss ständig über diesen Jonas Hartmann nachdenken Da steckt mehr hinter seinem scheinbar sinnlosen Gegrabbel als irgendeine Psychose Er beschreibt wiederkehrende Visionen in Verbindung mit der Stadt Wulfburg Sie erscheinen auch mit König Otto zu tun zu haben Eine niedergebrannte Kirche, seltsame Maschinen in einem unterirdischen Labyrinth Verrottete Gliedmaßen, die sich in der Dunkelheit bewegen Das ist in höchstem Maße faszinierend Auf jeden Fall Vielleicht ist es die erste richtige Spur, die uns zu den vergrabenen Schätzen König Ottos führt Ich werde ihn in die Bibliothek befragen In der Welche Weine nehme ich nur Welche Weine nehme ich nur Ein Sauvignon könnte gut zu ihm passen Ich freue mich schon darauf Freut mich auf was du willst Gott, das ist gut Gut, da ich jetzt da oben geguckt habe Ich habe jetzt Oh, ich habe sogar What? Da ist noch was zu lesen Notiz eines Offiziers Helmut Du musst das hier der Akte für neue Patienten hinzufügen Du darfst es nicht noch einmal vergessen Sonst dreht Helga wieder durch Weißt du doch Auch das letzte Mal Erspar uns das bitte diesmal Drei neue Patienten nächste Woche Erster Patient B6 Okay, Schiff versenkt Hat scheinbar Visionen Ah, Virus Von dunklen Höhlen unter Wolfburg Zweiter Patient B7 Okay, versenkt Träumt von Armeen, die durch Lichtstrahlen niedergemetzelt werden Dritter Patient B8 getroffen Glaubt die Gedanken des faulenden Maschinenmonsters zu hören Meine Hüte, was für ein Schwachsinn Ich werde dir nie verzeihen Dass du mich in den Dienst hier empfohlen hast Ich höre auf Nachrichten wie diese hier rumliegen zu lassen Erich Okay, scrollen Auf die Notiz gekritzelt Helmut Schicken Sie Erich an die Front In Afrika Zur Infanterie Helga Och nö So, okay, was haben wir hier? Oktoberfest Jawohl Schön war's, Kug Ich freue mich schon wieder drauf Nächste Formel 1 Ring gibt es auch wieder Wir haben das Kommando Jetzt und immer 1946 So, was haben wir da oben? Mond Der Mond haben wir auch schon was zu tun gehabt Ach, da oben geht's lang Alles klar Komm, besser anbauen? Scheiße, das muss ich auch noch hier rüber Das brauchen wir jetzt nicht Ach, du heilige Wildsau Meine Güte Was für ein verdammter Riesenhund Was für ein verdammter Riesenhund Oh, dieser Hund Ah Geh weg Oh, nicht doch Oh, wo, 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 wo Geh weg, wenn du mal Was ist denn lang? Oh, wo, 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 wo wo Ah Ah Ja! Komm hier, ich bin hier, Boppy! Da ist die Luft! schalte kommandanten aus bevor sie verstärkung rufen können ja warte mal dieser hund echt das ist ja wo auch die gänsehaut oder stil das macht laune